Bald ist Halloween Leute. Was könnte besser dazu passen, als eine gruselige Windel? Zumindest für alle die Windeln tragen oder tragen müssen, bietet sich das doch perfekt an. In diesem Video daher der Praxis des Stereos Halloween Haunt. Sie kommt euch bekannt vor? Das liegt daran, dass die Set-Option vom gleichen Hersteller schon mal im Test war. Beide Windeln sind komplett in lila gehalten, die Set-Option ist aber nicht bedruckt, die Klebefläche vorne war transparent. Bei der Halloween Haunt sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob der Hersteller sich von der Set-Option hat inspirieren lassen oder diese Windel sogar als Vorlage genommen hat, dazu später mehr. Die Halloween Haunt ist vorne im Bereich der Kleber bedruckt, der schwarze Hintergrund wird von einem gruseligen Mond beschienen, man sieht Gräber, das Motiv ist wohl ein Friedhof. Im Inneren ist die Windel dagegen weiß mit einem blauen Bereich für den Saugkern. Ähnlich wie alle anderen Windeln auch. Ich habe mittlerweile über 60 getestet und im Inneren noch keine andere Farbe gesehen, ihr etwa? Falls ja, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Am Rand hat sie den hohen Auslaufschutz, auch wenn die Windel vorne und zwischen den Beinen schon ziemlich nass ist, soll er verhindern, dass es an der Seite herauslaufen kann. So kann die Flüssigkeit weiter nach hinten oder vorne fließen, um dort aufgesaugt zu werden, wo sie noch nicht so nass ist. Dieser Auslaufschutz ist bei den meisten ABDL-Windeln so großzügig hoch, dass man auch noch eine Sauganlage hineinlegen kann, damit die Windel noch mehr aushält. Darum soll es in diesem Test aber nicht gehen. Die Windel ist bequem, sitzt ähnlich gut wie die Set-Option und ist ähnlich durstig, mehrmaliges Einnässen war kein Problem. Es brauchte einige Zeit, bis sie an ihre Grenzen kam. Das Saugvolumen ist mit der Set-Option vergleichbar, dort lag das Gesamtgewicht bei 1,9 kg abzüglich 230 g Eigengewicht der leeren Windel. Hier hat der Hersteller also einfach seine bestehende Windel ohne bunte Motive genommen und auf die Klebefläche vorne gruselige Bilder aufgedruckt. Das finde ich keine schlechte Idee, da das Lila irgendwie zu dieser Stimmung passt. Es ist ein dunklerer Farbton, der nicht so extrem düster wirkt wie schwarz, aber trotzdem halt eher dunkel. Die meisten Windeln haben ja einen weißen Hintergrund, der mit bunten Motiven bedruckt wird. Das würde zu einer gespenstigen Stimmung weniger passen, weil es zu hell ist. Das kann man auf der Reas-Rebell sehen, klar kommen die Totenköpfe auf dem Schwarz zur Geltung, da es ein hoher Kontrast ist. Sie verbreiten aber keine gespenstige Stimmung, was bei der Rebell auch nicht sein muss. Hier ist das anders, für Halloween möchte man nicht nur rebellisch wirken, sondern ein düsteres Bild vermitteln. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum man sich für diese Windel als Grundlage entschieden hat und nicht eine weiße, wie die Kriter Caboose, Safari oder zahlreiche andere, die der Hersteller noch im Programm hat. Viele davon habe ich schon getestet, sie wirken eher freundlich und spielerisch. Die meisten von euch werden das auch bevorzugen. Schauen wir auf den Preis, sie kosten derzeit 31,07 Euro pro Packung. Ein weiteres Gimmick ist die Stückzahl, es sind 13 Windeln drin, weil der Zahl nachgesagt wird, sie soll Unglück bringen. Das habt ihr vielleicht schon mal von abergläubischen Menschen gehört, die an einem Freitag den 13. Angst haben, ihnen wird etwas Schlimmes passieren. Da mehr drin sind, ist der Stückpreis gar nicht so extrem teuer, wie man es beim Packungspreis zunächst vermuten mag. 2,39 Euro kostet eine einzelne Windel. Das ist noch im unteren Preisbereich für ABDL-Windeln, wenn wir die Krinkels durch ihre Einwegkleber außen vor lassen. Im Verhältnis zur Saugleistung ist das fair, die Windel hatte beim Auslaufen ein Gesamtgewicht von etwa 1,7 kg. Abzüglich dem Eigengewicht macht das etwa 1,5 Liter reine Saugleistung. Möchte man nicht auslaufen, ist es etwas weniger, ungefähr 1,4 Liter. Es gibt ein paar Windeln, die noch mehr aushalten können, beispielsweise die Critter Caboose vom gleichen Hersteller. Die lag bei fast 2,2 kg, als sie ausgelaufen ist. Dafür ist sie jedoch auch teurer, 2,74 Euro kostet dort eine Windel. Eine andere Alternative ist die Safari, sie liegt von der Saugleistung her zwischen den beiden Windeln, kostet mit 2,33 Euro pro Stück nochmal minimal weniger. Der Preis der Halloween-Windel ist daher noch im Rahmen, aber nicht der günstigste. Wer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sucht oder mehr Saugleistung möchte, der ist bei den anderen Windeln besser aufgehoben. Das ist schwer pauschal zu sagen und kommt drauf an, was einem wichtig ist, bei den anderen Windeln bekommt ihr halt auch andere Designs und nicht zu Halloween. Spielt das keine so große Rolle und es geht in erster Linie um eine bequeme Windel zu einem guten Preis, dann ist die Halloween-Edition suboptimal. Dazu kommt die limitierte Auflage, sie ist nicht das ganze Jahr in jedem Shop verfügbar, wie es bei anderen Windeln der Fall ist. Es soll eine spezielle Edition sein, die man nicht das ganze Jahr trägt, wie bei den anderen Windeln. Klar kann man sich darüber streiten, ob das sein muss. Sicher geht es auch ohne, aber es ist doch ein nettes Gimmick, finde ich. Eine kreative Idee, die ich hier zum ersten Mal gesehen habe. Bei anderen gibt es Motive, die aus dem Alltag inspiriert sind, beispielsweise passend zum Karneval, was noch am ehesten in die Richtung geht. Aber eine Windel zu einem besonderen Fest hat, soweit ich weiß, noch keiner zuvor gemacht. Ich habe noch eine Packung davon und werde sie zur Halloween-Zeit benutzen, weil sie bequem ist. Auch die Set-Option fand ich nach etwas Eingewöhnung nicht schlecht als Abwechslung zu den überwiegend weißen, bedruckten Windeln. Ich werde aber auch nichts vermissen, wenn ich danach wieder normale bedruckte Windeln wie Rear Safari oder Kritter-Kabuz tragen werde. Die finde ich ebenfalls schön, bequem und sie halten einiges aus. Wie mit Lebkuchen an Weihnachten, kann man mal für eine Zeit lang machen, danach tun es aber auch wieder die normalen Süßigkeiten. Was denkt ihr darüber? Brauchen wir mehr Windeln zu verbreiteten Festen, vielleicht bald eine zu Weihnachten und Ostern? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Windelvideos mehr verpassen möchtet, abonniert kostenfrei meinen Kanal.